Hallo zusammen, Eizocca hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Himia die Gesegnete, anzunehmen bei Himia die Gesegnete, auf den Ebenen von Onava, an dieser Position. Vor Quest war, Zeichen des Windes, Quest angenommen, und dann darf man hier die Sprechblase anklicken. Nun darf man hier empfen. Ein paar Cooldowns, ein bisschen unterbrechen. Solltet ihr das ganze nicht schaffen, weil zu viele Mobs da sind, dann versucht welche zu zerziehen. Also stunnen, blenden, verbannen, falls es geht. Oh, die können explodieren. Oh, das hat viel Schaden gemacht. Feuerball. Jetzt kommen so kleine Elementare. Okay. Mein Leben schaut nicht gut aus. Gleich kommt noch ein großer Mob. Das ist das Üble. Jo, mal schauen. Kann man dem ausweichen? Na, immerhin. Immerhin kann man dem ausweichen. Ausweichen. Während ihr das gastet, macht er keinen Schaden auf euch. Das ist das Gute. Boah, der hat viel Leben. Ich bin aktuell Level 68, glaube ich. Okay, jetzt sind viele kleine Mobs gespawnt. Ich glaube, die machen mich platt. Ui, ich habe einen von denen tot. Den Cooldown. Je höher man im Level ist beim Questen, umso schwerer werden die Mobs. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber das ist so. Also am leichtesten sind die Quests, so wenn man ein niedliches Level hat. Oh, ich habe es geschafft. 68 bin ich, ja. Quest ist jetzt bereit zur Abgabe. Sehr schön. Solltet ihr die Quests nicht alleine schaffen, wartet einfach bis jemand vorbeikommt, der die auch noch macht. Und versucht es dann zu zweit. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt in einer Gruppe sein, glaube ich. Müsste auch so gehen. Ansonsten macht halt eine Gruppe. Quest ist abzugeben bei ältesten Asun. Auf den Ebenen von Onava, in dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.